ARD Text im Auftrag von Funk Ey, wo bleibt, Alter? ARD Text im Auftrag von Funk Komm mal, Digga, ich hab Hunger! Bist du krank, Digga? Ich hab Hunger, Mann! Ey, Digga, hast du mal auf seine Uhr geguckt? Rolling, Dejas, Pizza, Loco, Mamba Fifteen Minutes Later Schau, was ist denn, Digga? Ey, ich wollte aber so stricken Gib mir Jackie plus Cola, ich bin in meinem Modus Ey, Junge, bist du krank? Wir haben 11 Jahre, Digga Gib mir Jäger plus Red Bull, ich bin in meinem Modus Ey, Digga, haben wir nicht! Sag mal was Normales! Oh, Digga, wick da auf! Oh, ne, oh, eben! So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde Und man einen neuen anstellen musste Ey, Digga, machen wir was anderes, nur am Ruhfahren haben Ey, ich ess, und ich komm wie ein Rum, Rum, Louis Ey, da muss da an der Klammer, ey, da Wollamein, 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 wollamein Doch, da, kleine Mark Wollamein, 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 wollamein Und ich warte auf dich Ey, war das eigentlich? Okay, Digga, aber wie sieht die aus? Boah, Digga, wie leib, ey! Ja, 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 ja Baby, geil, komm, sag, 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 sag Ey, Digga, ich habe so gehalten, was hast du denn gegen den? Ey, Digga, ich habe so gehalten, was hast du denn gegen den? Ey, Digga, guck mal, wie spät ist das? Du musst dich lange noch arbeiten, es ist schon dunkel Warte ein Kommentar Jeden Tag, hast du für mein Geld Okay, dann geh jetzt arbeiten, sicher? Zieh mich an, der Post rein, Musik an, ich bin So, Leute, ist der one and only Wesley Tom Smith Das war's mit dem Video Ich hoffe, euch hat mein neues Format gefallen Wenn der Rapper dein Mitbewohner wäre Falls ihr irgendwelche Ergänzungen habt, welchen Rap euch als nächstes nehmen soll oder vormachen soll Schreibt es gerne in die Kommentare Falls euch dieses Video gefallen hat, teilt es mit eurem Freund Und am allerwichtigsten Schickt dieses Video an Luciano Postet in eure Story Markiert ihn, markiert mich Macht frisch, damit er das sehen soll Und als allererstes natürlich Ein riesen Shoutout an Cem Für seine Schauspielkünste Ein riesen Shoutout an Ray Dass er mir seine Wohnung zur Verfügung gestellt hat Und ich würde sagen, Leute, wie gesagt Spampt das Video Lasst uns damit das Internet durcheinander bringen Und dann würde ich sagen, wie gesagt Falls ihr euren Lieblingsrapper gerne sehen wollt Schreibt es in die Kommentare Ich habe noch ein paar Leute geplant Aber ich lasse euch gerne die Möglichkeit Euren Rapper gerne vorzustellen Und dann mache ich das fertig für euch Deswegen will ich sagen, Leute Das war's Peace out Bye Bye Rolli Dejas Ach shit Mach mal einen Blick Kulzer Lucu 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 Digga, du fährst die ganze Zeit herum Mach doch irgendwas, man Er ess Und kommt wie Boss Vroom Vroom Digga, wie soll ich dieses Vroom Vroom darstellen Einmal nachquill Red nicht so laut Chill doch mal ein bisschen, Digga Lass mal ein bisschen Luft dazwischen Nein, Wohle Mann F*** Ehm, da, da Schießt die Endscheine ab Wala, nein, wala, nein, wala, nein Wala, nein Schießt die Endscheine ab, Mann GRIPPA GRIPPA Ne, bo, 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 bo Digga, was ist mit mir los? Warum verwechsel ich das? Der andere Ok, ich bin jetzt da Ich blitz da